hey hohe freunde und hallo herzlich willkommen zu einem neuen projekt nämlich zu minecraft ja nämlich wir werden ja wir werden hier zum spiel das übrigens mein scan easy und ja das wird jetzt ein projekt sein falls ihr das weiter sehen wollt dann lasst doch ein like da und schreibt es in die kommentare und ja das ist so direkt ein bisschen holz mit zwei hake machen können dann direkt schon mal den steinspitze haben ja das wäre das letzte für die xbox 360 projekt und für die pc es kommt dann auch noch so das müsste jetzt noch reichen wenn wir das alles angeboten haben so zack ein bisschen zu schnell zack bam 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 ok so erst mal hier zack ja was ich eigentlich davon machen werde ich werde jetzt nochmal ein logo von hier von meinem kanal sein weil ich werde jetzt gleich sagen das müsste ich werfen nämlich wann ich immer videos produziere also im im wochenende da werde ich am samstag drei videos oder vier videos hochladen ja und auf jeden fall kommt jeden tag ein video mehr bitte kommt noch ein anderer kanal hoch dann und ja dann 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 guter kumpel der auch unter minecraft ist generell im pvp ist mir jetzt nicht so da zu besprechen nicht endlich weiter außer dass wir heute ja wie das machen weil ich bin das hier noch nicht ich bin jetzt hier nicht der beste youtuber und ja ich mach dann auch so ein kleiiiines christelstüssel ganz gut dabei ist eine kleine hülle ok deswegen werden wir jetzt die kohle hier sind unser kleines bescheiden ihr könnt euch auch den Namen dieses Projektes verlassen ich mache mir oben im Kopf noch egal könntest in den Kommentaren schreiben oder auch halt nicht, ich müsste nicht ja, das war's für den ersten Part und tschau, tschau